Abfahrt Was für Ding? Ach, die vier Reiter Ja, wir können Kaff aufbannen Geil Und jetzt wurde der, ne, gebannt Sag mal so, bei mir kamen nicht Jäger an Und zwar in sein Land Was? Einsseits nur Polizei Was? Die Scheiße, Alter Wir müssen unsere Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspielen Ach, wir müssen unsere Drohne verwenden, ja So, was gibt das in dem Spiel? Hm Wir müssen unsere Drogen verwenden Ja, da kann ich auch Okay, sehen wir mal die Motorräder begutachten Alter, die sind Also ich sag mal so Das Rainbow-Entwickler-Team ist Lüger als das GTA-Entwickler-Team Wieso? Naja, weil beim GTA-Entwickler-Team Oh ne, ich hab nen Soundglitch Ja? Hm Die GTA-Leute haben nämlich bei den Luftgekühlten Harleys vorne noch nen Wasserkühler hingebaut Ah, warte noch Ah ne Doch, der auch Ah, die sind doch mal schlauer Warte, hat auch ne Wasserkühlung? Jo Der hat auch nen Kühler vorne Perfekt Wissen wir überhaupt, wo die Bombe ist? Hm hm Oh Wissen wir da Oh ja Ah Oh Weg einfach nur ey Weg einfach nur ey Oh Mauso ist dahin Hier ist irgendwo ein Gegner Und da ist ein Gegner Oh, oh Nein Ah, sie hat mich am Anfang nicht gesehen Ah, sie hat mich am Anfang nicht gesehen Ah, sie hat mich am Anfang nicht gesehen Mach tot das Ding Mach tot das Ding Ja Ja, du kannst planten, ne? Ach ne Ist das so? Genau Ich dachte du bist bei der Bombe Aber das ist ja gar nicht der Bombenraum gewesen Die Bombe Hier hat mich so in die Drohne gerade angeguckt you nicht keller scheiße dann muss der mitte sein oder das andere oben in der mitte wird keiner glaube ich das ist gar nicht gesagt oder ich habe ihn genau angeguckt also das war kein kopfschuss genau der also das war absolut kein kopfschuss schafft er nicht cool noch zu weiter die drohnen stehen ja richtig gut hier meine ist da auch mit bei ich wollte die eigentlich noch bewegen deswegen habe ich die quasi sicher erst mal hingestellt aber naja ich guck deine hier am braun ich hab nichts doch ist das tot zwei windelwunder windelwunder weißt du was sind das windelwunder ne scheiße wenn du willst was warum ja windelwunder ja warum nennt man sich so weiß ich nur weil man hässlich ist ja natürlich ist der jetzt weggerannt alter ein zweiter von dem team in greenston ja hinter ihm ne treppe das da habe ich keinen gesehen übelst abartig das ist mal wieder eine satzflasche die man auch in der hand nehmen kann ohne dass sie irgendwie zusammendrückt sich das ist nichts deutsch ja wollte ich gerade sagen das war echt gut deutsch morrel spawst du am selben punkt wie ich auch so ich kann ja nicht da oben sein ne naja er kriegt mich nicht scheiße er hat nicht getroffen blubblubblub blubblub blubblubb der schalter war der massig sound ne wo spawne ich denn dauernd da ist ja ich hab doch Ladeschlampe gesagt ne aber trotzdem Was ist denn? Hier, ich kann fast weg. Können Sie auch noch nicht? Ich hab noch eine Claymore. Ähm, ich schmeiß mal eine Drone rein. Safe! Reinspringen! Ja, hier ist noch ein Fernseher, ne? In die Richtung. Ich bin dann noch geschockt. Rein hier, komm! Dann arbeiten. Alter, wie lange geplant ist der denn? Da! Lauf! Yo, mein, yo! I love you! Bei meinem Chat, that's a bit gay. Schwarz in meinen Arsch. Okay. Äh, der Saft! Diese Halsbildung in den Schleim schon wieder. Erkennst du das nicht, Schwarz in meinen Arsch? cub-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Warum kennst du das alles nicht? Warum kennst du das alles nicht? Wenn du sagst, Schwanz in meinen Arsch und du bist eine Mahoni. Was ist das? Was ist das? Oh man Hier geht es ja so Hä? Nun Was war das denn grad? Was? Alle sind fertig mit laden Auf einmal fängt Dinge wieder anzuladen Und dann geht die Runde erst los Ja Wir müssen erstmal anfangen Lauf! Ich kann das auch verhauen Nicht in den Explosionsradius kommen Das klingt ja richtig was kann ich denn nochmal nehmen Nein Nicht mal das Hat statt da grad Ja wenigstens hast du ein Huni Einbogenstandort ist in Gefahr Nur noch 10 Sekunden 5 Sekunden Gibt das was? Ich würd hier gern einen Cockschuss gehen Würd eigentlich den Gegner wegballern gern Aber da ist keiner Ja Ich dachte wenn der ist so von hinten weggeballert Na geht eigentlich nicht Eigentlich will Ich bin tot Ich bin tot Gut Äh Mann Hallo stirbt die auch? Da ist vieler der Alter Alter Keine gute Kamera Was soll man denn machen Wenn man von 5 Leuten abziehen Also in jeder Ecke Alter Wie kann man denn so unnötige Kameras setzen Als zwei Kühe Wie kann man dieses Visile spielen Was hinter spielt Was tut er? Ja Er ist doch hängen geblieben Alles Er ist einfach komplett weg Ihr merkt einfach hier auch nichts mehr Matchball Alles klar Ja Jo Immer Immer Gib ihm Pfff Wie kann man spielen gerade Look Ich kann auf der Netz gar keine Kamera Das wäre dann so wichtig Er ist besser als der andere Typ 100 pro Ja wenn mein Moped mal richtig heiß laufen würde ne Dann würde das auch so aussehen Aber ich kann ja noch gar nichts hinwerfen Ich verspärfe die Wand Boah ich geh spawnpiken Ey Wir müssen mal hier rausrennen alter Hohoho Sch Einsatzbereit Einsatzbereit Abstand halt Ein Bombenstandort ist in Gefahr 10 Sekunden Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert Macht euch angriffs bereit Verbarriert Kamera Hä? Häh? Na ja Häh? Häh? Perfekt Mal kurz um die Kameras Häh? alter gönnen wir die kamera warum laufen wir eigentlich die ganze zeit schlager in deutschland laufen überall schlager das ist quasi pflicht Sicherheitsabstand halten! Am Ende auf einmal her jetzt! Wie kann der da so schnell reingekommen sein? Das macht gar keinen Sinn schon wieder. Ey, aber die Kamera hier ist premium, Alter. Sportive premium. Oder wie siehst du denn? Alter! Alter, was für ein Rang kommen wir denn? Holz oder was? Luft. Ja, das wird auf jeden Fall irgendwas im Kupferbereich. So wie immer. Ja, Kupfer ist wahrscheinlich einfach härter als Platin. Das ist so. Weil du in Platin keine Hacker hast. Tja. 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 Tja.